Hey, ich bin Hanna und in diesem Video töpfern wir eine Schale auf der Drehscheibe. Habt ihr Fragen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Für die Schale benutze ich 700g Ton. Im ersten Schritt zentrieren wir den Ton. Dafür übe ich von außen Druck auf den Ton, sodass er sich nach oben verlagert. Anschließend drücke ich den Ton wieder so nach unten, dass er sich mittig zentriert. Falls ihr mit dem Zentrieren Probleme habt, schaut auch gerne eines meiner anderen Videos an. Da erkläre ich euch das Zentrieren im Detail. Ist der Ton zentriert, öffne ich ihn mit meinem Clay Opener. Auf dem Clay Opener habe ich den 10er Aufsatz aufgeschraubt. Das bedeutet, ich habe eine Bodendicke von 10mm. Nun muss ich den Zylinder formen. Hierfür ziehe ich den Ton durch Druck von außen und innen nach oben. Der erste Zug lief noch sehr ordentlich. Beim zweiten sieht man dann, dass ich etwas unsauber gearbeitet habe und der Rand nicht mehr ganz so rund läuft. Mit der Ripp 2 habe ich der Schale dann ihre finale Form gegeben und die Ripp an den Boden von meinem Zylinder gehalten, während ich von innen den Ton langsam nach außen ziehe. Dies sollte man immer langsam und ruhig machen. Und schon ist die mittlere Schale fertig. Ich gebe jede Menge Wasser auf die Drehscheibe und schneide sie dann mit einem Schneidedraht von der Drehscheibe. Habt ihr Fragen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare.